Die Allianz hat gesiegt und unsere Streitmächte sind noch immer stark. Im Rahmen unserer Kriegsplanung müssen wir die Verlassenen jetzt angreifen, da sie sich noch vom Kampf erholen und nicht mit einem Angriff rechnen. Ich habe allerdings ein Abkommen geschlossen. Wir werden warten. Wir greifen Koltira und seine Truppen an, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Sprecht in der Zwischenzeit mit Gimmi, Siegesström, und begibt euch zum Tuchwindlager südlich von hier. Kommandant Aschlam, Ehrenschlag, wird euch über eure nächste Aufgabe unterrichten. Von mir werdet ihr wieder hören, sobald ihr in Andorhal gebraucht werdet. Wir tun, was die Lebenden nicht vermögen. Wir tun, was die Lebenden nicht vermögen. Wir stellen, was die Lebenden nicht vermögen. Hallo! Und auf die bösartige Macht, die dort die Geisel kontrolliert. Die Neuigkeiten erreichen uns kurz vor euch, mein Freund. Dass die Geisel aus Andorher vertrieben wurde, bedeutet, dass wir der Rückeroberung von Lordaeron einen Schritt näher gekommen sind.